Hallo meine Damen und Herren, Messero hier. Ich melde mich kurz vor euch mit diesem Video, weil ich auf YouTube zu später Stunde ein Video entdeckt habe von einem YouTuber, der zu uns gehört. Ein Teil der Messero Army, meine Damen und Herren, It's Crime Time Exel hat hier ein episches Video gemacht. Die haben sich einfach mal das Video von uns als Vorbild genommen, Dektor B Messero Style und haben Dektor B mal auf ihrem Wege entwickelt. Ich zeige euch hier mal ein paar Ausschnitte in dem Video und wenn ihr Bock habt, unterstützt die Jungs von It's Crime Time Exel und hinterlasst ihnen ein Abo bei euch auf YouTube. Link zum Kanal und zum ganzen Video, 30 Minuten geht das ungefähr, findet ihr bei uns unten in der Videobeschreibung. Ich könnte ja auch jetzt schön in meinem Bett liegen, Fernsehen schauen und, haha, und. Aber ne, Messero ist schuld. Messero ist da. Ab geht. Keine Idee wäre, ne? Ja. Okay. Den nächsten ausschalten. Ich weiß gar nicht, wie Messero das mit Red Dot gemacht hat. Bisschen zum Hange da, kann man besser zielen. Ja, hab ich schon vor. Ach ja, was mach ich hier eigentlich. Nur noch Schrotz. AK. Töte ihn aber auch. Klar. Also. Hihihi. Okay. Messero style? Oh fuck. Warte mal, this game is too easy. This game is too easy. Go Rob. Yes, thank you dangerous. Maybe Hang aUNTai. анииs Warth Aaaaaah This game is too easy. Maybe. Fucking shit, da liegt einer Hau nur Hau nur Hau nur Hau nur Hau nur Hau nicht, Hau nicht, Hau nicht, Hau nicht Hau nicht, Hau nicht, Hau nicht, Hau nicht, Hau nicht, Hau nicht, Hau nicht.... HAU 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 Ich rauch doch du dich, Dabba Lau Ah, ich hätte einfach geraten, HAU Ja, total die Mäste, aber der erste Mal erst zu gehen. Man schiebt keine Frau, aber der erste Mal stiegen, ich habe nicht mehr vorhin, ich sehe, keine Frau, die Ouais, okay, ich habe nicht mehr als du gerne jouerst, Ich bin okay, Ich bin echt nur ein Zehn, Ich bin ein Zehn, es ist so rassend. ich bin ein Zehn, ich bin ein Zehn und ich bin ein Zehn. Ich bin ein Jedi-Jehnt, ich bin ein Zehn, ich bin kein Zehn. So, äh, doch, dass man sich schießt, ne? Der Typ bewegt sich, soll schießen? Nein. Ja, und noch, okay, schießt! Geh, Staubsauger, ey! Mama! Ey, die soll... Ja, dann geh hinter die Mauer und... Alter... Nee, 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 nee! Ich geh jetzt ganz bestimmt nicht Staubsaugen! Geh, Staubsauger, ey! Mama, ich spiele gerade, jetzt nicht, bitte! Dann steckt der gleiche Internet. Jetzt hat er gleich dein Internet und spielt alles. Ich schieß mal, vorsichtig! Kommt her! Ich spotte! Männchen! 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 Vielen Dank! Und ich möchte mich nochmal herzlich bei den Jungs von It's Crime Time X zu bedanken. Ihr seid mir, ähm... Ihr zeigt mir, dass ich das, was ich tue... Gibt mir einfach das Gefühl, dass ich es richtig mache und, äh... dass ich anderen Leuten vielleicht in gewisser Weise ein kleines Vorbild bin und, äh... auch irgendwie inspiriere. Ihr gebt mir damit auch die Kraft weiterzumachen und, äh, zeigt mir, dass euch das gefällt, was wir hier täglich zeigen. Also, in dem Sinne, liebe ARMY! Schaut euch das Video an! Geht vorbei! Liked die Jungs! Und, äh, wir sehen uns mit dem nächsten Video! Wie immer! Morgen! Ciao, ciao! Hey, Brad! Just got back from the, uh, doctor's office, and all the tests came back negative, so, um... I don't know what rash you've got, but, uh, you can get it from me. Oh ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017